Ja, doch, so dicke aus, haha. Nobuo ist die Frage. Ja, das ist ne gute Frage. Vielleicht hier so direkt in die Mitte rein? Ja gut, aber in der Mitte haben wir nicht mehr, also wirklich was müssen wir was für abbauen. Ja, hier vielleicht. Ne, weil ich hab mich grad mal entschieden, also... Ach, überleg' grad, ne. Was denn? Ich leg die Minen erstmal wieder irgendwo... hier random auf die Wege. Weil er wird eh irgendwo lang rennen, wo er will, also. Ja, es sind auch 21 kleine dabei. Nicht, dass wir die Minen auslösen. Ja, werden sie eh. Wie viel Leben haben die Kerne eigentlich noch? Warte, nicht voll. Die Gauss könnte dann noch aufgewertet werden. Wo steht'n die? Mittendrin. Das ist eine da. Du meinst hast Orange, ne? Ja. Der ist voll, der ist auch voll Wunderbar. Dann kriegt er noch ein bisschen mehr Schaden reingedrückt, so. Ja. Ja. Es war jetzt eine Runde. Erfahrung von den Leben der Kerne abhängt. Lege ich gerade. Es war aber wirklich unverständlich wenig letzte Runde. Kann sein. Kann wirklich sein. Sind wir soweit? Jo. Ja. Ja. Dann waren wir bereit. Kümmern uns alle um Bosworth. Ach, der macht gleich nach oben kaputt. Ach, der rechte Direktion. Ei. Nicht hier. Komm her. Komm her. Wow. Nein, ich bin gestuck. Okay, das kann vielleicht doch. Bisschen. Knapp. Er hatte nur 128. Danke, dass er mich auch hier äußert. Das ist dieser Netz. Alter, das geht ab. Hier sollten wir jetzt ganze Terminen losgehen. Wenn ihr Rated zumindest. Und wenn er rüberläuft. Das sollte eigentlich schon strange sein. So. Das machen wir noch. Ich bin nicht sicher. Passt. Schön. So, Level 14 jetzt aber. Hoffe ich doch mal. Nein. Das war ja gar nix. Boah. War auch wirklich leicht, also. Wow. Hab ich wenig Schaden gemacht. Sagt ihr recht, Räger. Hab ich doch komisches Spiel getroffen. Also Volltreffer meine ich. Wundert mich doch ein bisschen was, weil es wirkte anders. Naja. Aber ich find's schön, dass wir jetzt so weit sind, dass wir doch mehr Schaden machen als die Türme. Ja. Machen wir noch eine dritte. Ja. Wer ist denn grad? Ich hab ne Ruhe. Ich hab ne Ruhe. Ich hab ne Ruhe. Ich hab ne Ruhe. Ja. Ich hab ne Ruhe. Ja. Ich hab ne Ruhe. Ich hab ne Ruhe. Ich hab ne Ruhe. Ich hab ne Ruhe. Ja. Ja. So ging's auch. Oder eben von unten nach oben nach rechts. Ja ja. Ist jetzt die Frage, was davon das Beste ist. Weil ich hätt von rechts nach unten nach oben geleitet. Spontan. Ich nicht, weil wir die rechts und oben durchleiten können. Unten nicht. Motto. Was haben wir jetzt eigentlich? Zehn kleine. Sind das da? Sind das die Kleinen? Müssen die Kleinen sein. Was sagen wir so? In der Cutscene hat wenigstens... ...Sweet... ...von... ...Geheimgängen und so geredet. Hm. Ich bin einfach immer noch in meiner, ähm... Sammelwahn. Hm? Ja, ich muss unbedingt irgendwelche Sachen finden. Das interessiert mich. Das sind eigentlich wieder schöne Mähne. Oh, okay. Die letzte Torte ist jetzt auch organisch. Huiiii. Oh. Hatsch. Ich schmeiß einfach irgendwo hier irgendwo ins Nichts rein. Ist schon okay. Ja, auf ne Plattform halt, ne? Da ist noch einer. Glaub ich, oder? Ne, das ist keiner. Also. Wie machen wir das? Nein. Moment, erstmal zurückkommen hier. Ah, da sind Mähnen. Hier sind noch mehr Mähnen. Hier ist Welterkrondung. Also. Ich kann nicht so viel Mähnen tragen. Ja, Pech. Ich fang einfach mal irgendwie an. Ja. Also wie gesagt, ich würde von unten aus gehen. Ja. Habe ich mir nach reiflicher Überlegung auch gedacht. Oh, okay. Ja. Müsste mal noch zubauen. Uiuiui. Wollt ihr euch auch ein paar Pilze sammeln? Ich schaue eh schon rum hier. Pilze sammeln. Schönen Hexenkreis hier. Ja. Also irgendwie, selbst Sprüngetechnik oder sowas. Diese Map ist unglaublich langweilig. Was das angeht. Das Geräusch ist cool, was die Pflanzen machen, wenn man drauf springen. Ja. Was weiß ich, hier geht's irgendwo hoch. Auf jeden Fall. Wo? Äh, da ist irgendwo so ein Pflanzen-Cheers-Pad. Hier unter mir. Hm. Nein, es ist nicht. Doch. Ach, da. Ja, hier geht's in der Tat. Worin? Woll, ne? Äh, einfach bohrer. Nervig is sowas. Ne, hier geht's immer noch weiter. Boah. Also hier ist ne schöne Plattform auf jeden Fall. Nein, ich, boah. Fasst so, äh. Hey, have you heard? Oh man spawnt hier oben Beim Sterben Ah ok Also hier ist so ein schönes Flussdelta oder was auch immer das ist Ich suche immer noch nach irgendwelchen Secrets Ja ja, ich ja auch jetzt gerade Mh Have more, have more Das ist so nervig Ja Unsichtbar, wer war uns? Vor allem Steine die einfach keine Collision Abfolge haben weil sie es nicht brauchen Mh Bin zu smooth für sowas Ach komm, überall diese Scheiße Ich geb's auch Markus, schau mal kurz her Hier hinten ist eine unsichtbare Wand Ich bin außerhalb dieser Wand Aha Ja Hier ist so ein dünner Streifen und man langlaufen kann und ich komme hier nicht wieder zurück Suizid Nein, selbstmord Jo 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 Wollen wir? Nein Ich brauche hier mal noch eine Kanone hin Geht das hier umsatz noch irgendwo hin oder ist das nur dieser, dieser, dieser Fleck hier? Momentan ist nur der eine Bereich da Aber eigentlich ist hier ein super Ort um hier eigentlich einen kompletten Bereich zu überblicken Wenn ich jetzt wirklich, also als Sniper wäre das hier der perfekte Punkt hier Wenn ich jetzt wirklich, also als Sniper wäre das hier der perfekte Punkt hier Wenn ich jetzt wirklich, also als Sniper wäre das hier der perfekte Punkt hier Ja, dass es keinen Fallschaden gibt Mhm Kommt denn da raus, vier von den normalen Kerlen, okay Ist zehn Ja, ich weiß, ich kann nämlich zählen Aber vier und zehn sollte man schon auseinanderhalten können Ich wollte zehn sagen Achso Achso, ich hab noch Punkte Mhm, mach mal Kanone auf, Max Ähh, Kanone, wo ist die hin? Da hinten, ne? Neben mir Ja, voll von dem anderen Teil verdeckt Passt perfekt Schön Let's get going I'm ready, come on, send play Knochen Knochen ist die haupte wir holen es kommt aus dem Norden dann bauen wir den Kammer ist wieder ab Drei Kämpfer und sechs von den Mistviechern Leidbar Die unteren nach oben waren Jo Ok Endstands Ja, dafür haben wir geliebt Locker Keine Ahnung, 16 bis 18 Stück oder so Dann irgendwie so den Weg, oder? Jo Mal schauen Bis, ach so Ja egal, muss passen Ich dachte es wäre eigentlich eher, dass wir den Weg längs bauen, genau so, aber... Ach, wir haben aber noch drei Bases, okay Die Art ist, glaube ich, besser, weil sie dann dahinten sind Wobei, noch kann man Blitzt drum hinkommen Ja Nebenbei, ähm... In einer dieser Kurven würde ich auch gerne eine Gatling einfach hinsetzen, weil die für diese Kurven perfekt ist Ja, mach du nur Wenn da der Blitz drum hinkommt, kommt hier die Gatling dann Ne, warte... Ne, warte... Ich dachte, warte, ich dachte... Ich dachte, da warte, da wird es vorhin Ne, ne, der kommt dahinter Perfekt! Ne, 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 jetzt können wir upgraden Aber erstmal alles auf Tier 2, würde ich sagen Ah Hm Ja, wie viele hast du? Ja, die Gatling, die ist gut genug, um auf Tier 3 zu kommen Das heißt, sogar noch Tier 1, ne? Also... Okay Das ist hinter dir, wo du grad dran stehst Hm? Achso 85, das passt noch genau da rein Oder auch nicht Das passt gleich genau da rein Meine Condition Mox ist doch viel zu groß Was? So, was kommt eigentlich? Drei große Kampfläufe... Äh, nicht Kampfläufe, sondern drei große Läufe Wow Da kommen eh Flieger raus Ne, da sind keine Flieger Ne, da sind keine Flieger Ne? Schau dir das Bild an, das habe ich auch immer gedacht Das ist ein Kämpfer Das ist einer von den... Das ist einer von den großen Kämpfern Wo der eine... Hier von schräg vorne mit dem riesigen Arm Ah, stimmt Okay Ja Ich denke auch jedes Mal, dass das diese... Schwebeviecher sind oder so Ja, dann gehe ich mal zu den Kämpfern Ähm Ihr mich auch Ich gehe zu den Doppelköpfen Ach, ich gehe irgendwo hin Ich stelle mich hier hin Und schieße hier den... Den Längsweg lang Ach, Mensch Sie sind auf der Weg! Hier hin, frei, frei, frei Dreh dich um Nächster Ah, komm Kümmert sich niemand um die Rache? Nö, frei Nein Weil der Einer schon wieder mit vollem Weg aufzieren Wieso? Ne, davon habe ich nicht gesehen Okay Ich mache... Keinen Schau Ne, das muss wer anders machen Ich kann nicht Schöpfen Ich bin gerade bei den Kriegern Ich brauche nicht zu sein Ich tauschte hier Dann geht's weg Söpfen Ok So Das war's für heute. Was ist das? Tad, dad, 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 dad. Oh Gott.